Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 17. Mai. Heute dabei Surface, Google Pay, Apple, OnePlus 6 und Facebook Stories. Beginnen tun wir mit Microsoft, die hatten wir gestern ja schon mit dem Surface Pro im Angebot und heute gibt es Neuigkeiten zum Surface an sich. Das Surface soll jetzt als iPad-Konkurrent im Verlauf des Jahres an den Markt gehen. Es gab ja durchaus schon mal den Versuch mit einem Surface RT damals den iPads und Co. ein Konkurrenzprodukt entgegenzusetzen, das hat damals nicht geklappt. Aber jetzt versucht Microsoft es erneut und die Surface Tablets sollen halt 10 Zoll Modelle sein, um die 400 Dollar liegen, USB-C haben und rund 20% leichter als die aktuellen Surface Modelle sein. Ja, schauen wir mal, was daraus wird und ob es da wirklich einen Markt für gibt. Denn gefühlt ist der Tablet-Markt ja jetzt eher rückläufig, würde ich zumindest sagen, aus meiner Sicht. Naja, abwarten. Abwarten tun wir auch bei Google Pay. Im Gegensatz zu Apple Pay, wo es ja immer noch keine Neuigkeiten gibt und sich anscheinend die deutsche Banken, ja, ich wollte gerade Banken-Mafia sagen, aber die deutschen Banken generell sich wahrscheinlich dagegen weiterhin wehren, so scheint Google Pay ein paar Fortschritte zu machen. Da ist ja erst vor kurzem rausgekommen, dass die Comdirect, das ist die Direktbank von der Commerzbank, bereits eine Seite veröffentlicht hatte, wo es um die Aktivierung von Kundengarten für Google Pay ging, was nun bereits entfernt worden ist. Nun gibt es neue Indizien, denn bei vielen Leuten ist auf deren Android-Smartphones auf einmal Google Pay aufgetaucht. Sprich, einen Fehler würde man da wahrscheinlich ausschließen und damit scheint Google Pay wirklich vielleicht mehr oder weniger kurz vor dem Deutschlandstart zu stehen. Und das könnte ja eventuell dann auch hinterher bedeuten, dass, wenn Google auf die Massen losgelassen wird, eventuell auch Apple Pay nachziehen kann. Da bin ich mal sehr gespannt. Auf meinem Android ist Google Pay leider nicht angekommen bislang. Aber wenn wir jetzt gerade auch schon von Apple geredet haben, also Apple Pay, dann reden wir einfach mal von Apple generell. Denn die wollen anscheinend nicht nur einen, sondern mehrere neue Orte und Campus errichten. Dafür haben sie 30 Milliarden Dollar nicht in die Hand genommen, sondern dem US-Staat versprochen, dass sie es machen wollen, 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen über die nächsten fünf Jahre. Und nun schaut es so aus, als ob einer der größten, ja, nächsten Campus von Apple in Virginia sein wird. Also der US-Bundesstaat Virginia, dort ist auch bereits Amazon mit einem Campus vertreten. Der scheint wirklich jetzt anzustehen. Und Virginia liegt ja unter anderem in der Nähe von Washington DC. Und in der DC Area hat sich unter anderem zum Beispiel auch Google und Facebook mit Niederlassungen niedergelassen. Also die Tech-Szene wird sich da so ein bisschen, ja, nicht zusammenrotten, oder zumindest halt in einer Nachbarschaft sein, eventuell ein zweites Silicon Valley. Gucken wir mal, was daraus wird. Mal ein ganz anderes Thema, Smartphones. Generell Hardware haben wir ja auch eher seltener hier im Geek-Top-Daly, zumindest in meinen Folgen. Meistens ist es ja Samsung und Apple und ab und zu mal Google. Google, aber man kann einen jetzt nicht, ja, mal außer Sicht lassen, denn einer hat sich da richtig gemausert, wie ich finde. Und das ist die Firma OnePlus. Die sind ja mal ganz früh als Billigheimer gestartet, gefühlt. Zumindest bei mir. Und mittlerweile gibt es die Version 6, also das OnePlus 6 kommt jetzt an den Markt. Ist ein Android-Smartphone, hat halt die üblichen Daten, die man erwartet von einem eher besseren aktuellen Android-Smartphone. Kommt in zwei Farben, Mirror Black und Midnight Black. Mirror Black ist natürlich wieder sehr, ja, anfällig für Fingerabdrücke, wie alle von diesen, ja, glänzenden, Lack-schwarzen Teilen. Es wird auch noch ein Weißes geben mit einem Gold-Rosé-Rand, also eher für die, ja, weibliche Fraktion vermutlich oder auch die Chinesen. Das Gesamte kommt mit einem Notch, wie beim Apple iPhone X und hat unten ein kleines Kinn, wie die meisten dieser Geräte von Android, die einen Notch haben. Wie gesagt, die anderen Daten lesen sich alle ähnlich dem, was man erwartet, außer es hat zum Beispiel kein Wireless Charging. Das haben ja mittlerweile alle Top-Modelle und da scheren die ein bisschen aus. Der Preis, zumindest in Amerika, pendelt sich zwischen 529 US-Dollar und 629 US-Dollar ein und startet halt eben mit einem 64-Gigabyte-Modell und endet mit einem 256er. Also, wenn euch Android generell gefällt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall die Geräte von denen mal angucken. Gleichzeitig hat OnePlus auch noch neue Ohrhörer an den Markt gebracht. Die sind auch kabellos, obwohl das OnePlus 6 selber noch einen Kopfhöreranschluss hat. Das scheint ja immer noch ein großes Thema zu sein. Ein anderes großes Thema generell für mich zum Beispiel sind auch Social Stories, also Snapchat, Instagram Stories, aber auch Facebook Stories. Und da hat Facebook jetzt geguckt, was können die tun, damit weltweit die Stories einfach mehr genutzt werden. Denn in vielen Bereichen und Ländern werden viel mehr Stories mittlerweile geteilt als normale Postings in der Timeline. Beziehungsweise sind die Sachen, die man früher in die Timeline vielleicht gepackt hat, die wandern jetzt in die Stories rein. Und da hat man jetzt geguckt und testet in Indien mit dem Plan, das auch weltweit natürlich auszurollen. Verschiedene Features. Es wird zum Beispiel ein Archiv geben, dass man halt auch Zugriff hat auf seine alten Stories und die gegebenenfalls nochmal neu postet. Es wird ein Audio-Format geben, wo man ein Bild hinterlegt und ansonsten Audio einspricht. Das soll wohl direkt an Mikro-Podcaster gerichtet sein, die damit Inhalte erstellen können. Und Facebook wird es ähnlich wie auch bei der Tochterfirma Instagram anbieten, dass es praktisch ein Archiv in der Cloud bei Facebook geben wird. Dementsprechend muss man nicht mehr seine ganzen Social Stories runter auf das Smartphone speichern, sondern kann auch die in der Cloud bei Facebook lassen und gegebenenfalls später drauf zugreifen. Spannendes Thema. Stories ist ja wie gesagt für mich eh ein wichtiger Punkt und ich bin gespannt, wann wir das bei uns dann wirklich haben. Und ob dann Facebook-Stories nochmal einen kleinen Aufschwung bekommen, denn gefühlt spielt die Musik für mich bei den Instagram-Stories. Ja, und das war es auch für heute. Also noch einen Tag, dann ist Wochenende. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Donnerstag, Arbeitstag, Schultag und ich hoffe, wir hören uns morgen zum Ende der Woche nochmal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Musik Musik